Wieder 8 Stunden geschafft, raus aus dem Baum und dann auf in den Stau, ja, es wird wieder Nacht, das Ende des Monats, das Datenvolumen wird knapp. Yo! Hi, hier bin ich wieder, euer Binobi, ich möchte all meinen Abonnenten danken, dass sie so treu an mir dran sind bei YouTube und mich jeden Tag so motivieren, weiterzumachen. Wuhu! Ja, Mann. Lasst uns alle zusammen dafür stehen. Gerade deswegen, weil ich keine Abonnenten habe, bin ich jetzt hier auf YouTube und würde gerne mein Album vorstellen. Das kommt am 23. Februar raus, heißt mein fünftes Element. Zwei Singles sind schon ausgekoppelt, das sind einmal, die hier. Mein fünftes Element, mein fünftes Element. Und die hier. Schönen guten Morgen, wunderbaren Abend. Der Countdown läuft, bis es endlich rauskommt, mein Herz rast. Ich habe auf jeden Fall ein paar coole Sachen für euch vorbereitet, das sind Live-Geschichten, als ich mit Adel Tawil auf Tour war, kleine Vlogs behind the scenes, nämlich als ich in Amerika war für die beiden Videodrehs. Dann werde ich mich vorbereiten für ein Pre-Release-Konzert, da nehme ich euch mit Backstage. Ansonsten haben wir noch mit ein paar YouTube-Kollegen Sachen geplant und auch schon gemacht. Demnach, wir haben reichliches Zeug. YouTube wird bedient, abonniert den Channel, bleibt dran und es wird cool. Das verspreche ich. Also, peace out, euer Benobi. Ciao.